Spürst du mich? Nein. Und jetzt? Ein bisschen. Der neue Schweizer Film vom Regisseur von Körschmi und Schmöckschmi. Ein unmöglicher Traum. Ich brauche Poesie in meinem Leben. Ich will auf den Baum klettern. Aber du bist doch allergisch auf die Bäume. Es ist mir gleich. Eine Reise. Wo gehst du hin? Ich muss mich selber finden. Aber stopp, stopp. Da bist du doch. Oh ja. Improvisierende Schauspieler. Was willst du eigentlich von mir? Ich weiss es nicht. Wieso weisst du es nicht? Es steht nichts in drei Buch. Immer auf der Suche nach Poesie. Gspürschmi. Jetzt in einem Kino. Finanziert von den Eltern des Regisseurs. Hey Jungs. Hips Internet von euch hier aussen. Habt ihr Bock auf Hundenwelpen? Auf ein Tierwelt Abo? Auf so ein Tasschen? Auf gute Laune, Spass und Action rund um die Uhr? Dann abonniert unseren YouTube-Kanal. Es lohnt sich nicht, aber mir bringt es etwas. Ich weiss. Gut. Besser kann ich es lösen. Besser kann ich es lösen. Besser kann ich es lösen. Also ich kann es nicht besser. Das ist das Maximum. Ich weiss. Okay. Gut. Schön. Also gut, er lernt mir das los. So. Haps. Ferrechen. Haps. Ich hör es.